Anna Ivanovic zeigt ihren Babybauch so meistert Magdalene ihren Alltag jetzt Heidi Klum mit Tom Kaulitz gesichtet Touristin bekommt Baby im Meerkater auf Zaun aufgespießt, aber er lebt. Ein Tweet hilft dem Kleinen. Kaitzler Welpe erstickt auf United Airlines Flugzwillinge? Sie sieht aus wie G-Sebündchen Mary Blacks Rede gegen Frauenfeindlichkeit Junggesell in den Abschied nimmt tragisches Ende, wir werden ihn für immer vermissen. Der britische Astrophysiker Stephen Hawking ist tot. Der 76-Jährige starb am frühen Mittwochmorgen friedlich in seinem Haus in Cambridge, wie seine PR-Agentur Pagefield unter Berufung auf seine Familie mitteilte. Seine Kinder Lucy, Robert und Tim teilten mit, sie seien zutiefst traurig. Wir werden ihn für immer vermissen, ich möchte wissen, warum es so ist, wie es ist. Hawking litt an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit als Amyotrophe Lateralsklerose. Bereits seit Jahrzehnten war er fast völlig bewegungsunfähig, er saß im Rollstuhl. Schon seit langem konnte er sich nur noch mühsam mithilfe eines Computers verständigen. Zuletzt nahmen seine Kräfte immer mehr ab. Er gehört zu den größten Wissenschaftlern aller Zeiten. Die Fachwelt schätzte Hawking wegen seiner Theorien zum Ursprung des Kosmos und zu schwarzen Löchern. Ich möchte das Universum ganz und gar verstehen, sagte er einmal. Ich möchte wissen, warum es so ist, wie es ist und warum es überhaupt existiert. Sein 1988 erschienenes Buch, eine kurze Geschichte der Zeit, machte ihn auch beilein populär. Seit 1968 war Hawking auf den Rollstuhl angewiesen. Hawking, der am 8. Januar 1942 in Oxford geboren wurde, erkrankte bereits als Physikstudent. Und ein als Ärzte sagten ihm nur noch wenige Jahre voraus. Seit 1968 war Hawking auf den Rollstuhl angewiesen. Doch die Krankheit schritt bei ihm sehr langsam voran und konnte seinen Aufstieg in der Wissenschaft nicht aufhalten. 1979 wurde er Professor für Mathematik in Cambridge. Über 30 Jahre lang hatte er dort den renommierten lukassischen Lehrstuhl für Mathematik inne und stand damit in der Nachfolge von Isaac Newton. Das Privatleben kam trotz seiner Karriere nicht zu kurz. Hawking war zweimal verheiratet und hatte drei Kinder. 30 Jahre lang war er mit seiner Jugendliebe verheiratet, doch die Ehe scheiterte, später bezeichnete sie ihn als einen Haustyrannen. 1995 heiratete Hawking seine Pflegerin. Die Verbindung dauerte elf Jahre. Popstar der Wissenschaft Trotz Gesundheitsproblemen lief das Gehirn des Genies stets auf Hochtouren. Neue Theorien entwickelte Hawking zu schwarzen Löchern und dem Urknall, die monströsen schwarzen Löcher im All sind demnach keine Entstationen. Zersaugen sie durch ihre enorme Schwerkraft alles ein, was ihnen zu nahe kommt, und lassen nicht einmal das Licht entkommen. Hawking konnte aber in der Theorie zeigen, dass schwarze Löcher langsam verdampfen, eine Folge der Quantenphysik. Das Verdampfen dauert extrem lange. Die dabei entstehende Hawking-Strahlung ließ sich daher bisher nirgends nachweisen. Außerdem versuchte Hawking über Jahrzehnte, die Relativitätstheorie mit der Quantenphysik zu vereinen und auf diese Weise eine Art Weltformel zu finden, in der Sprache der Physiker eine große vereinheitlichte Theorie, die alle Bereiche des Universums beschreiben kann, vom Mikro bis zum Makrokosmos. Er war eine Art Popstar der Wissenschaft und schreckte nicht davor zurück, zu populären Ideen wie Zeitreisen und außerirdischen Stellung zu nehmen. In seinen letzten Jahren trat Hawking immer wieder als Mahner auf. Intelligente Roboter, Klimaerwärmung, Atomkrieg und durch Gentechnik hergestellte Viren könnten die Erde gefährden, warnte er. Seine Botschaft, die Menschheit müsse sich Ausweichmöglichkeiten im All schaffen, falls es zu einer hausgemachten Katastrophe kommen sollte. Gemeinsam mit dem russischen Milliardär Juri Milner plante er eine Armee, nur etwa Briefmarken großer Raumschiffe auf eine 20-jährige Reise zum Sternsystem Alpha Centauri zu schicken. Hawking war überzeugt, früher oder später müssen wir zu den Sternen schauen. Auf Wiedersehen.